Da ging er zur Brigittenau, der Robert Blum von Wien ein Held. Wer kennt ihr noch, den Windigkreis, vor die Gewehre hingestellt? Wer weiß noch um die Märzenzeit, die Tiefe schüttert an das Land? Wer um den Tannereinigkeit, die Bismarck aus Blut hin mit Eisernband? Da ging er stolz, der Robert Blum, der Mann des Worts, der Mann der Tat. Zu kurz sein Leben für all sein Turm erschossen Blum der Demokrat. Erschossen war Blum trotz Parlament, indem er sprach für die Natur. Obwohl in Deutschland jeder ihn kennt, erschossen der Bürger mit freier Religion. Er ging er stolz zur Brigittenau am 9. November im 48er Jahr. Da flog die Nachricht durch das Land, dass Robert Blum erschossen war. Erschossen war Blum. Obwohl in Deutschland jeder ihn kennt, erfLung der Mathe. Erschossen war Blum.